Uh, äh, der gute alte Mr. Emerson, immer mit dem Lächeln im Gesicht. Hahaha, ja klar. Oh, ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Wie kommst du drauf? Nee, das Päckchen muss ich noch ausliefern. Auf der Convention, glaube ich. Das kann ich nicht einfach so nehmen. Doch. Päckchen, die ausgeliefert werden sollen. Schätze ich mal. Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist. Kann ich dahinter gehen? Nein, kann ich nicht. Schade. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Spiele-Logos ist gänzlich unbeabsichtigt. Ach so, na klar. Das nehme ich auch nicht mit. Ah, die legendäre Super-Zuckerschnecke. Helden einer ganzen Generation feuchter Teenager-Träume. Tatsächlich habe ich nie einen ihrer Comics gelesen, aber ihr Unterwäschekatalog war natürlich geil. Zum Brot einwickeln. Ja, natürlich. Das gehört für. Wenn ich das anfasse, schlägt er mich grün und blau. Wilson! Wilson! Es tut mir leid, Wilson. Hm? Wird auch gern mit einem großmäuligen Alkoholiker-Roboter zusammenarbeiten. Das wäre so geil. Ja, doch. Warum sollte ich die Poster mitnehmen? Warum nicht? Poster und noch mehr Poster. Poster und noch mehr Poster. Ich nehme die Poster nicht mit, klar? Warum denn nicht? Hm. Ein Wasserspender. So viele erfrischende Erinnerungen. Kein Durst. Oh. Kein Durst. Äh. Gehen wir das mal raus. Und jetzt nicht. Man kann von hier ins Büro schauen. Eher nicht. Äh? Hey, Mr. Emerson. Ich glaube, wir sollten uns noch mal über diesen Radiovorfall unterhalten. War es wirklich nötig, mir das Ding an den Ko... Hau verdammt noch mal ab! Raus hier! Und komm niemals wieder! Ist ja gut, ist ja gut. Kein Stress. Äh? Eigentlich sollte ich jetzt ein Radio in die Fresse kriegen. Warum tue ich es nicht? Das ist keine gute Idee, denke ich. Dieses Mal wirft er vielleicht seinen Monitor nach mir und das ist ein Röhrengerät. Hä? Eher nicht. Man kann von... Moment. Hä? Okay, ist okay. Eigentlich sollte er ein Radio nach uns werfen. Aber das macht er irgendwie nicht. Das heißt... Okay, gut, dass es auf dem Speicherstand drauf ist, ne? Hä? Warum macht das denn nicht? Mails, Pfandleihe, Qualitätsschrott zu fairen Preisen. Ich soll das Schild mitnehmen? Jetzt bleib mal auf dem Teppich, ja? Okay. Extra süßes Kaugummi. Das steckt wohl in diesen Kapseln. Da braucht man wohl ne Münze. Wir haben leider keine mehr. Das ganze Geld haben wir ausgegeben von Matt. Aber wir gehen mal in die Pfandleihe. Vielleicht gibt's ja was Interessantes. Tschüss. Okay. Der Müll ist sicher sein Gewicht in Gold wert. Hier ist so viel Zeug. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Hä? Vielleicht bei dem Schwert hier. Mr. Stripes Schwert. Schätze, das braucht er nicht mehr. Das kann ich nicht rumtragen. Oh man. Der Typ sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Nicht wirklich, ne? Ich glaube, der will gerade nicht mit mir reden. Vielleicht später. Okay. Den würde ich gerne nehmen und den Skulleri Brothers so richtig einheizen. Aber ich lass es lieber. Ich würde ja gern rumlaufen und ein paar Geister umnieten. Aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Oh no. Mir gibt's allen möglichen Scheiß. Ich glaube, das ist physikalisch unnötig. Physikalisch gar nicht möglich, Leute. Sieht nach Verkaufsunterlagen aus. Da ist nur Bien drin. Die kann ich nicht einfach nehmen. Da wird mehr sauer. Und mir ist gerade nicht nach einer Abreibung. Okay. Eine Menge zugegebenermaßen prächtiger Müll. Hier ist so viel zu... Eine Analoguhr stehen geblieben. Die trage ich nicht rum. Schade. Nur eine Gasflasche. Überhaupt nicht geheimnisvoll. Nimm sie mit. Die trage ich nur rum, wenn's unbedingt sein muss. Okay. Da stellt man Sachen drauf. Kann ich nicht nehmen. Aber warum nicht? Eine leere Flasche. Nee. Mel könnte mich erwischen. Ja, das wäre schlecht. Das wäre allerdings sehr schlecht, ja. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so aussehen. Okay. Ich hab keinen Job mehr. Guten Morgen. Schön für dich. Aloha. Ah. Ich weiß, das geht mir nichts an, aber... Meinst du nicht, der Typ da könnte ein Verbrecher sein? Das hoffe ich doch. Aber meinst du nicht, der gehört eher zu den Leuten, die was klauen? Kann schon sein. Aber er ist mein bester Zulieferer. Das ist deins. Okay. Das könnte ich verpfänden, um genug für die Miete zusammenzubekommen. Ich brauch echt ne Menge Geld. Was hast du denn? Na ja. Das ist ein echtes Ticket für die U-Bahn. Damit kann man ungehindert durch die ganze Stadt fahren. Ist das dein Ernst? Natürlich. Brauch ich nicht. Ein Teleskopentenbügel. Den hab ich selber gemacht. Ist der aus Holz? Ich hab eine Menge Edelstahlbügel. Auch selber gemacht. Verdammt. Ein paar Seiten aus dem offiziellen Wanda-Comics-Katalog von 1972. Inklusive Bildern von Super Zuckerschnecke. In ihren klassischen, knappen Kostümen. Mit nur ganz wenig Öl- und Huhnfischflecken. Ich glaub, in dem Zustand sind die nichts wert. Diese unglaubliche Polizistenfigur. Ist jetzt nicht gerade Captain Red oder sowas. Diese tolle Kunstlederbrieftasche, die kein bisschen nach nassem Hund riecht. Ja, das riech ich von hier. Kein Interesse. Dieser Ring allerdings. Hey, langsam. Kann mich nicht daran erinnern, die erlaubt zu haben, in meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ganz ruhig, Kleiner. Das kommt so mit dem Job. Naja, der Ring gehört nicht so richtig mir. Ich würde mich nicht wohlfühlen, den zu verkaufen, weil... Nur zum Verständnis. Das ist das Einzige von Wert, was du hast. Und du willst es nicht verkaufen. Ja. Ja, naja, es ist nur... Weißt du, ich glaube, ich behalte ihn besser. Okay, also. Ich glaube, hier bin ich durch. Danke trotzdem. Warte mal, Junge. Geh nicht einfach so weg. Sieh doch einfach mal bei dir zu Hause noch. Vielleicht hast du ja irgendwelchen nutzlosen Schrott, der mich interessiert. Sieht so aus, als könntest du das Geld echt brauchen. Scheint, als ob ich das mit der Mimik endlich besser hinbekomme. Ich finde schon etwas Schrott für dich. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ja, okay. Wir versuchen es mal. Vielleicht finden wir ja was. Oh, großartig. Einfach großartig. Wie zur Hölle soll ich jetzt meine Miete bezahlen? Ich muss einen Weg finden, um an Kohle zu kommen. Gott verdammt, Phil! Was sollte das? Wie kann man nur so nachtragend sein? Jetzt haben wir unser Radio. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ab in die Bahn steige und zu Randalls Wohnung. Manchmal kann man Gegenstände kombinieren, dadurch neue Gegenstände. Immer dran denken. Mach ich. Immer. Der steht ja immer noch hier. Verdammt, der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Ah. Was wir jetzt machen müssen, Leute, ist... ...mit ihm hier reden. Sicher, sicher. Ich verstehe. Verzeihung, Sir. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, in den Arsch schieben? Äh. Aufgelegt. Hey, wie geht's, Kumpel? Ich bin Randall. Hallo, Randall. Warum so ein langes Gesicht? Warst du dich über mich lustig? Niemals. Aber klar. Hast du dich mal angesehen? Ich bin ein Wondermatic-Vertreter und das hier ist der schlimmste Tag meines Lebens. Deswegen geht's mir so dreckig. Zufrieden? Jetzt und für immer. Keine Verkäufe für dich, hm? Naja, hab meine Uhr verkauft, um die Stromrechnung zahlen zu können. Diese Uhr hat meinem Großvater gehört, den sie über Hanoi abgeschossen haben. Captain Coons musste sie in seinem Arsch verstecken und... Ja, ja, ja. Ja, alles klar. Reden wir doch lieber über Hundewelpen. Ich liebe Welpen. Ja. Ja, meine kleine Susi möchte schon lange einen Welpen haben. Und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich kann ja nicht mal mehr die Hypothek abbezahlen. Okay, irgendwie macht mich gerade sogar das Reden über Welpen traurig. Und ich weigere mich, über Ponys zu sprechen. Ja. Also, was genau ist dein Problem? Würde ich auch nicht gern. Das Problem ist, dass ich der schlechteste Vertreter bin, den Wondermatic Industries jemals hatte. Es ist schon zwei Monate her, dass ich das letzte Mal was verkauft habe. Oh. Jetzt kann ich mal die billigsten Sachen an den Mann bringen. Ich bin so ein Versager. Das ist echt traurig. Kopf hoch. Weißt du, was du machen solltest? Entweder du kotzt dich aus oder du nimmst mal dein Gesicht aus dem Eimer. Was du nicht machen solltest, ist einfach nur rumsitzen und jammern. So einfach ist das aber nicht. Wenn ich doch nur irgendeinen reichen Trottel auftreiben könnte, um ihm das komplette Deluxe-Set anzudrehen, wären alle meine Probleme gelöst. Zumindest erst mal. Hm. Alter, ich würde dir ja gern helfen, aber mein letztes Essen war eine sieben Tage alte Pizza. Und ich glaube, da waren ein paar extra Zutaten drauf. Ich könnte schwören, eine Pfeffersalami hat versucht, sich mit einem Stück Schinken draufzupacken. Und ich glaube, die abstoßende Brut dieser beiden hat versucht, mich von innen aufzupacken. Okay, schon verstanden. Du hast nicht viel Geld. Aber das Basisset ist echt billig. Und wenn du jetzt unterschreibst, kannst du bequemen Raten zahlen. Welchen Teil von ich bin so arm, dass ich Dinge essen muss, die versuchen, mich zu töten, hast du nicht verstanden. Okay. Wieso? Warum suchst du denn nicht einfach einen anderen Job? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ich hatte eine Menge Jobs und ich habe jeden in den Sand gesetzt. Ich war Reinigungskraft für tragbare Toiletten, Giftvorkosten, Tester für kugelsichere Westen, Freizeitpark-Maskottchen, Topmodel-Fotograf. Hä, Sekunde. Das letzte klang doch ganz gut. Ich musste die Fotos machen, während ich von Bienen bedeckt war. Warum? Warum? Das weiß ich. Ich glaube, die wollten sich nur lustig über mich machen. Ich habe keinen Gang von denen gesehen und meine Fotos wurden auch nie veröffentlicht. Egal. Der Punkt ist, ich habe alle meine Jobs verloren. Ich darf's nicht schon wieder verhauen. Wenn du nach jemandem mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Das heißt, er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Echt? Ja. Aber es heißt auch, dass die Morlocks eine Großoffensive planen. Also nimm's nicht zu wörtlich. Aber ist dein Vermieter leichtgläubig? Na ja, ich schulde ihm die Miete für drei Monate und er hat mich immer noch nicht rausgeworfen. Aber das könnte auch an seinem Vaterkomplex liegen. Weiß ich also nicht so richtig. Das könnte was werden. Meine letzte Chance. Kannst du mir seine Nummer geben? Klar, könnte ich. Aber pass auf. Der Alte ist mies drauf. Selbst seine Haare in den Schultern sind wütend auf dich, wenn du was Falsches sagst. Egal. Ich muss es versuchen. Ist ja deine Beerdigung. Die Nummer ist 555-1013. Oh, und ruf nicht bei Vollmond an. Das könnte echt schief gehen. Ich ruf ihn jetzt gleich an. War das mit den Morlocks eine Anspielung auf Deponia? Doomsday? Guten Morgen, Sir. Haben Sie eine Minute Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen über die Vorzüge unserer Wand... Oh, der Arme. Ich hab's wieder verbockt. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Ich hab's dir ja gesagt. Er ist ein ungehobelter, streitsüchtiger alter Mann. Du sagtest doch, er sei leicht zu manipulieren. Aber ich schaff's nicht mal, ihn für zwei Sekunden am Telefon zu behalten. So kann ich nie etwas verkaufen. Ich weiß, wie du dich fühlst, Alter. Mit mir redet er auch nur, wenn er mich bedrohen oder beleidigen will. Genau wie mein Boss. Und meine Frau. Sogar meine Kinder. What? Komm schon, nicht aufgeben. Versuch's nochmal. Sogar seine Kinder. Warum? Er hat sehr deutlich gemacht, dass er kein Interesse hat. So läuft das also bei Wundermatic, ja? Nur weil jemand dich einen Drecksack nennt, glaubst du, er hat kein Interesse? Du kannst doch nicht einfach bei der ersten Hürde aufgeben. Erstmal. Na gut, ich werd's nochmal versuchen. Fein. Guten Morgen, Sir. Ich glaube, es gab da eben ein Problem mit der Leitung halt. War's echt was falsch, ey. Siehst du? Er hat recht. Ich bin ein wertloser Drecksack. Komm, lass mich mal. Im Ernst? Ich mein es immer ernst. Außer wenn ich Typen finde, die ich ausnutzen kann. Dann muss ich einfach lügen. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Oh, komm. Gib mir dein Handy. Du hast nichts zu verlieren. Auch wieder wahr. Hier, tob dich aus. Oh, yeah. Showtime. Hallo? Guten Morgen, Sir. Werden Sie am Kauf eines brandneuen Sets Wundermatic-Produkte interessiert? Nein. Nein. Hm. Gewohnt empathisch. Das dachte ich mir. Versuchen wir es nochmal. Klar. Showtime. Hallo? Mr. Marconi? Werden Sie daran interessiert, einen Haufen Müll zu kaufen, der mit veralteter Technik produziert wurde? Ich weiß nicht, woher du meinen Namen kennst. Aber du bist eine ganz neue Welt, voll schnassig. Kennen wir an den West. Hörst du auf, nicht zu nerven? Du Miese-Bahn. Alter. Das hab ich mir. Ich glaub. Ich mein, man hört kaum was, wenn der Marconi da sagt. Er redet so. Ist es wahr, dass Sie Ihre ganze Familie verspeist haben? Man kann hier lesen. Hm. Eine Antwortmöglichkeit haben wir noch. Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Hicks? Bist du das? Ja. Hier ist Hicks. Ich hab mich aus dem Apartment geschlichen und ich hab Ihr Geld noch immer nicht. Na? Was sagen Sie jetzt? Ist das so? Dann sage ich, ich kenne jemanden, der heute Nacht auf der Straße schrieb. Kommt mal weg. Ach, kommen Sie, Mr. Marconi. Ich hatte gehofft, mittlerweile hätten Sie mir vergeben. Ich meine, ich appelliere hier an Ihren Anstand. Aber daran gemessen, wie Sie sich anziehen, haben Sie sowas ja nicht. Du verdammter Bastard. Findest du das etwa lustig ist? Bisschen? Ich könnte dasselbe über Ihren Bierbauch sagen. Tatsächlich habe ich das gerade getan. Glaubst du wirklich, du kommst mit dieser Einstellung weiter? Wie das mich anwächst? Du wiegst mich an? Du bist nichts weiter als ein abstoßender Wort, der auf dem Boden noch hier kriegt, um Leute zu werfen. Du weißt dich nie um die Dinge, die zählen. Ich hab deine Scheiße so satt. Das war einer zu viel, hörst du? Ich trete dir so kräftig in den Arsch, dass du... Okay, also er redet gerade davon, mir in den Arsch zu treten. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. In dem Sinne... Ja. Ich... Was? Rede einfach ein bisschen mit ihm. Ist gar nicht so schwer. Aha. Ich verstehe. Aha. Ich verstehe. Sicher. Alles klar. Können wir jetzt wohl endlich... Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Abschaum wie du einfach verschwinden würdest. Keine Ahnung warum, aber der Fahrstuhl scheint mir nicht ganz sicher. Du bist nicht so lustig. Ist das Blut? Ich kann jetzt nicht mit dem Fahrstuhl spielen. Dieses Mal hast du es wirklich geschafft. Du wirst mich noch auf Knien bitten, mir deine Wohnung wiederzugeben. Ich bin sicher, dass es da ziemlich stimmt. Ich geh heute nicht gern auf die Nerven, okay? Du geh mich auf Frieden. Ich hab im Moment keinen Bock. Wie kannst du nur so undankbar sein? Nach allem, was ich für dich getan habe. Aber du warst für mich wie ein Sohn. Das arme Schwein. Aber alles, was du machst, ist dich wie ein Idiot aufzuführen und mich nicht zu machen. Ich hab die Schnau... Gehen wir in Randalls Wohnung, komm. Und holen wir Randalls Schrott. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Mist nochmal was anfangen kann. Jasen. Bis zum nächsten Mal.